Herr Seelinger, wie passt das zusammen, ein nobles Hotel und das Engagement für herzkranke Kinder? Im nobelen Hotel verkehren natürlich viele Menschen. Sheraton ist eine Marke, die weltweit agiert und präsent ist und wir möchten Menschen zusammenbringen. Wenn man Menschen zusammenbringt, gibt es viele Themen, über die wir sprechen. Und ein Thema ist natürlich immer wieder, Mensch, uns geht es gut, aber wie geht es anderen? Und wie kann man jetzt denen helfen, denen es nicht so gut geht? Irgendwie kamen wir auf die kleinen Herzen und dann kam eins zum anderen. Da ist sehr viel Engagement von den kleinen Herzen, was man spürt, dieses Authentische. Und das hat uns einfach angesteckt und wir haben gesagt, da sind wir dabei, da machen wir mit. Es ist ein lokaler Bezug, das war uns auch sehr wichtig, dass wir hier die MHH mit dem Projekt unterstützen können. Sie sind es ja nicht alleine. Was ist das für eine Gruppe? Das ist eine ganz bunte Truppe. Küche, Empfang, Service, Büro. Das sind acht Kollegen, die gesagt haben, an dem Tag nehmen wir uns die Zeit. Wir machen einen Stand und werden da entsprechend verköstigen. Ja, was wird es geben? Also wir machen natürlich alles in Bezug auf Kinder. Also es wird Waffeln geben, frischgebackene dann vor Ort. Es gibt Getränke, kindergerecht. Es wird Eis geben. Es gibt Herzen, Herzkekse. Kinder schminken. Genau, das wird auch angeboten. Also zwei Damen aus unserem Reservierungsteam haben sie bereit erklärt zu schminken. Mal gucken, wie lange der Arm und die Finger durchhalten. Also Sie zeigen, was Sie können? Ja, in allen Bereichen. Ich danke Ihnen vielmals.